Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Diversity bei der Aufgabe, wie heisst sie nochmal? Äh, Dropper. Dropper. Wir stürzen uns einfach waghalsig Löcher herunter und hoffen, dass wir... Ich glaube, es geht hier lang. Ja, und hoffen, dass wir schlussendlich dann wieder irgendwo... Dass wir es dann wieder schaffen. Ich habe bereits 95 Versuche und der Studie ist bei 56. Tschüss! Wow, 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 ach du heilige Scheiße! Ja, wird immer schwieriger. Ja, ja, also echt, ähm... Verdammt. Gibt's ja nicht. Aber das Dümmste ist, wenn man einfach die ganze Zeit irgendwo zu einer anderen Ecke geht. Ja, schon, aber... Man muss seinen eigenen Weg finden und kennenlernen. Liegen wir direkt ins Loch rein. Mh mh Ah man Oh jetzt... Ah nein Ich komm glaube ich noch bis zur Hälfte Du kannst rechts, siehst du rechts im Rand Ich hab's gesehen Du musst da, kannst du fast alles an diesem Pfosten vorbei Aber nicht gleich direkt links von dem Pfosten, sondern schräglinks von dem Pfosten Und du kommst überall durch Es geht fast bis ganz oben durch Ja genau Juhu Nächster Buchstabe P Jesp Ja jetzt haben wir... Irgendwas wird schon mit diesem Buch sein Jesper wahrscheinlich Oder segnet das Jesper Nächste Welt Oh Oh Füße Aber das sieht schon richtig schön aus Ja Hat sich mir gegeben Ausser dass ich vorhin da, als ich von der Insel runter sah, hab ich den Diversity Eingang gesehen Gut Oh nein, ich bin direkt ins Loch rein Ja das ist ja klar, dass hier das Loch ist Oh, hier hat's jetzt... Oh hier hat's jetzt... Scheisse hier hat's jetzt ganze Böden, die einfach... Oh Ja Ja vor allem generiert hat's... Nicht so gut Bei dir Jo Auch hab's überlebt Ja, ich bin eins runtergebrannt und hab's überlebt Hm Ich hab eins überlebt, Mann Oder auch nicht Ah, da hier muss ich ein bisschen zurück und dann gleich wieder rechts Okay Oh Ich glaub wenn man muss ziemlich in der Mitte bleiben Jaja, in der Mitte oben Ah Mitte oben und dann irgendwo unten Ja, und dann irgendwo unten musst du dann wieder ein bisschen nach... Und dann nach links... Ah, da fliegt Fast... Ich hätt's fast geschafft Hier muss man... Also meine Leiche ist bis ganz nach unten geflogen Na, hab's halt die Leiche Ja, man ist ja dann in diesem Bildschirm da und dann liegt man ja noch ein bisschen Ja, ja, ich weiss schon was du meinst Weiss jetzt hast du einen Superhelden-Umhang, aber du schaffst es trotzdem nicht nach unten fliegt Ja, gescheu... Nein! Ich bin nicht aufs Wasser, sondern unten auf den Stein gefreut, ey Nein, ich war unten, ey, das ist so mies Wer doch immer diese Scheiss-Map gemacht hat, ihr mobbt uns, ey Hehehe Wir sind echt jänsig Hmm Scheiiiisse... Nein! Nochmal, jetzt, diesmal schaff ich's! Ja! Nein! Diesmal schaff ich's aber Eigentlich ist es gar nicht so schwer Ja, witzig eigentlich Und hier liegt ein Sand rum Ja, da war ich ja vorhin raufgefallen Wahrscheinlich ist es das Nein, draußen bei diesem Mensch Aha Wenn man das Mensch bezeichnen kann Mensch Ist es etwas? Mensch, Maya Flug! Guten Flug! Everybody! Scheiße, wieso komme ich da nicht vorbei Das sind viel, viel mehr, das, ey Oh Sind bei 130 Mhm Lalalalalalalala Oh, scheiss Du, 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 du Da, 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 da Ich geh immer ein bisschen zu viel Also, bald dieser Dieser Boden kommt So Muss ich ein bisschen zurück Zurück... Da jetzt zurück und links und... Ja! Geschafft! Also mit Taktik geht's. Wenn man sich merkt, wo man durchfliegen muss, dann schafft man das. Bist du auch da? Ja. Nächster Buchstabe wieder ein. E. Jasper. Weisst du was über Jasper heisst der Resteller so oder wie? Keine Ahnung. Gut. Oh, ich sterbe. Wie ist der Sterbe? Ich weiss nicht. Ich bin hier im Boden drin. Entschuldigung, kann ich dir nicht helfen. Hehehe. Gut. Äh... Wo bist denn du? Da. Bei dir. Links. Vor dir. Ich seh niemand. Hm. Ich seh mich schon. Ich seh dich. Gut. Äh... Jetzt in die Lava rein und... Ah, cool. Och du Scheisse. Oh, ich hab's überlebt! Nicht. Ja, ich hab auch den einen Teil überlebt. Ja, man kann jetzt so warten, bis man regeneriert hat. Nein, man kann jetzt den Weg ein bisschen genau suchen. Oh! Hier unten kommen wieder Plotten. Nein, siehst du nicht? Du kannst von einem Ding zum anderen springen. Ja... Nee, das... Das ist scheiss. Ah! Nein! Ich glaube, am Anfang dachte man das schon. Wie? Am Anfang dachte man das schon? Oh! Ja, einfach so runtergehen, dann einen Weg suchen und... Hier runter. Nein! Er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Ja, du hättest, hast's aber nicht. Jetzt, jetzt, jetzt! Nein! Oh, fast, fast. Oh! Hm. Hier könnte man alles gerade runtergehen, aber... Nee, eh nicht. Doch, doch. Hier. Aber... Wir kommen immer an diesen Ecken. Ja, hier runter. Oh! 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 Jaaaa! Nein! Ich bin unten wieder auf den Boden, ey! Nein! Wieso schaffen wir das nicht hier ganz überall Wasser, ey? Ich sage, das ist Mobbing, ja. Das ist Mobbing. Er hat das auch nichts geschaffen. Was? Jetzt hier, hier! Oh, jetzt war ich am falschen Ort. Das ist nicht fair. Eben, eigentlich muss man nur hier... Ja, ich weiss. Wenn man trifft. Ja, wenn man trifft. Und unten nicht aufschlägt. Wie jetzt? Zuunterst! Was ist auch zuunterst? Oh. Ah. Aber man sollte so... Ja, geschafft! Das ist aber auch fies, der letzte Dingens da. Der ist so gemein. Echt? Nein! Buchstabe... R. Ja, du hast noch 41 Versuche, bis du mich aufgeholt hast. Jasper. Ich würde mal sagen, das war das letzte. Mal sehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Ja! Schafft! Gut, ich drück ab den Knopf und tschüss! Oh! Noch eins! Äh... Ich seh dich gar nicht. Ja, ich bin jetzt runtergefahren... ...gesprungen. Jetzt bin ich wieder oben am Loch. Du bist hier! Ja! Ja! Ich bin... Ich bin direkt hier gespawnt. Wow! Das ist Hammer! Das sieht einfach geil aus! Mit dem Feuer und dem Licht und... Boah! Ich glaube, da kann man auch schon so in die Ecke gehen. Nö! Dann doch hier! Ah! So! Nein! Ich fliege mir direkt runter. Wuuuuh! Aber das ist richtig schwer. Ja, ich denke auch. Ich denke, das ist das letzte. Ja, ich denke, ich weiss es nicht. Ich wäre unten gewesen. Ich habe ja die Map nicht erstellt. Ja, ich wäre... Hier in die Mitte. Und dann ein bisschen nach aussen gehen. Ja, sicher. Hier die Mitte treffen jetzt. Nein! Bei der Mitte bleiben. Also, nicht direkt in der Mitte. Ja, ja. Das ist das schon dran. Aber so hier. Ein Block herunter rum. Kannst du hier durch. Durch, 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 durch. Und dann irgendwann musst du ein bisschen rüber gehen. Irgendwann. Irgendwann. Irgendwann geh mit ein bisschen rüber. Oh, du fliegst. Ich weiss, was du meinst. Irgendwie... Na geh schon! Okay. Jetzt ein bisschen rüber und da... Ein bisschen nach unten. Also ein bisschen zurück musst du auch. Ein bisschen nach hinten, wenn man zu viel Power hat. Jetzt ein bisschen rüber und ein bisschen zurück. Ja, ja, ja! Ich habe es geschafft. Juhu! Letzte Buchstabe. Wenn hier noch ein Buchstabe ist. The End. Nein, fast. Das Jasper-Akkord kann sehen eigentlich. Es ist einfach nur, dass wir wissen, dass wir den Namen kennen. Gut, ich wünsche dir noch viel Spass hier. Ich warte jetzt noch auf dich. Es steht 157 zu 117. Du hast noch ein paar Versuche. Per Versuche. Okay. Bis du mich aufholst. Ja. Super! Habe ich wohl verloren, ne? Oh! Noch eins! Oh ne Scheiss! Ah, verflixt, ey. Du bist im Boden, ey. Mann, ich dachte schon, da stand der End. Ich dachte... Ha, logisch. Ich sage, das ist Mobbing, ey. Das ist echt Mobbing, ey. Toll. Einfach Mobbing, ey. Nein! Aber das sieht richtig, wow. Nein! Einmal kommt so, wo du durch eins durchgehen musst. Durch ein einziges. Hier kann man... Ne, echt. Ohne Scheiss. Ja. Das Mobbing. Habe ich das schon erwähnt? Aber das ist klar. Nein, du hast zwei Löcher. Du kannst doch aussuchen. Ja, aber das ist dein Sprite. Ja, ist klar. Nein! Fast getroffen. Aber dann ist er fertig. Das ist das letzte Loch, glaube ich. Fast. Fast fertig. Ah! Das ist ja verdammt schwer! Ein, eins... Ein... Einmal eins... Ohne Scheiss. Ja. Oh Mann. Ah! Und hier ist der Ender Dragon. Was machen wir da unten? Ja! Ah! Ja, aber hier ist der Ender Dragon. Ich bin... Das ist so fies! Ich bin... Zohntest! Bei diesem Scheiss-Teil! Jetzt denkt man, man kann da durch das letzte Loch und dann passt und dann kommt man wieder... Doch! Bei... bei dem meinten Loch geht's. Da musst du... Kannst du dich einfach fallen lassen. Ja, oben bei Y und dann bin ich dann rauf gekommen. Oh. Weißt wo der dort bei... In der Zange... Ah! Verfrixt! So! Komm, ist das, das triff ich jetzt noch in dieser Folge. Hab noch drei Minuten. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Ja! Geh! Schau! Wow! Das ist ja ganz nice. Das ist ja verdammt geil gemacht. Hast du jetzt das Rost dahin getan? Ja, essen. Für ihn. Wow! Das ist ja die geilste Map ever, Junge. Warte mal schnell. Mal schnell einen Screenshot. Ich will hier jetzt... Geh schnell weg! Oh nein! Steh neben dem Drachen hin! Komm! Ja! Bisschen zurück! Nee! Jetzt sehe ich den Drachen nicht mehr! Bisschen links! Links! Doch ein bisschen links! Ich streichle ihn! Ja, nee! Du musst mich anschauen! Cheese für ein Thumbnail! Ja! Super! Toll! Gut! Good price! Schmiedel! Ja, das wird toll! Das schlägt! Nein! Denge nicht um! Aha! Ich bin runter gefahren! Bisschen Pferd! Ja, jetzt bin ich wieder oben! Ja! Jetzt bin ich wieder unten! Ah! Wieso nur? Nein! Tschüss! Hier ist der Schwanz! Gut! Drückst du? Oh! Gut! Hast du die Wolle? Blaue Wolle! Drei! Zwei! Eins! Schon! Juuu! Und wir haben das Level Dropper geschafft! Vielen Dank fürs Zusehen! Vielen Dank Studi! Für das dabei sein! Ich werde natürlich weitermachen, aber ich bedanke mich trotzdem wieder! Mal sehen, ob Michi von der Raucherpause zurückkommen will oder nicht! Wir sehen uns auf alle Fälle bei der nächsten Folge von Minecraft Diversity! Ja! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!